Elsa! Willst du einen Schneemann bauen? Oder vielleicht was anderes bauen? Geh weg, Anna. Guter nicht. Diese Handschuhe werden dir helfen. Hier. So kann es keiner sehen. Und ich es nicht mehr fühlen. Du musst es in dein Herz einschließen. Willst du einen Schneemann bauen? Und Fahrrad fahren hier im Saal. Ich würde jetzt so gerne mit dir spielen. Allein zu sein ist deine fürchterliche Qual. Nicht wegreiten, Johanna. Ich fühle mich so einsam. Alles ist so leer. Ich starre nur auf die Uhr. Ich hab solche Angst. Die Kraft wird stärker. Wenn du dich aufregst, wird es nur schlimmer. Beruhige dich. Nein! Fass mich nicht an! Bitte. Sonst tu ich dir noch weh. Wir sind zwei Wochen. Ich schaff das nicht ohne euch. Ich bin sicher, dass du es schaffst, Elsa. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Amen. Elsa, bitte rede mit mir. Alle fragen, wo du bist. Sie sagen, sei mutig, ich versuch es ja. Ich bin doch für dich da, lass mich doch wein. Wir haben uns beide, nur du und ich. Was sollen wir nur tun? Willst du einen Schneemann bauen? Amen.